Guten Morgen. Wir starten heute 6 Uhr. Hier ist es Stocknacht. Durch die Lampen sehen wir noch was. Aber so wie wir Opedoso verlassen, werden wir nichts mehr sehen. Aber egal, da hinten wird es schon heller. Wir erreichen heute Santiago. Irgendwie kann ich es überhaupt noch nicht glauben. Es ist schon da. Also zumindest zu unserem ersten großen Etappenziel gehen wir noch weiter. Ich bin gespannt. Das ist komisch. Ich bin gespannt. 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 Montegozo und Santiago. Und hier irgendwo, warte, da ist die Kathedrale, da gehen wir nachher hin. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Ich höre den Dube-Dude-Sack-Spieler, nein, den Geitha-Spieler. Wir haben es geschafft. Der Betzler ist auch wieder da. 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 Amen. 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 Amen.